hey ho herzlich willkommen zu meinem neuen video es geht hier um den neuen charakter juishan ganz witzig macht relativ viel spaß ich habe die erste runde mal aufgenommen in der ich gespielt habe ist ganz gut gelaufen ich hoffe es fällt euch wenn ja lasst einen kommentar einen daumen da ein abo oder einfach gar nichts danke direkt rein ich will ja direkt rein ein safe gegner zugriff eigentlich oder unten hat jemand geschossen hast du ja wo schießt der da oben die an den schlawinen ersten hammer ich sehe nicht den zweiten hammer kleber da sind die ganzen neuen die jetzt in season 2 gekommen sind bestimmt auch dabei alle direkt wieder vom spiel wegscheuchen sie direkt keinen bock mehr jetzt einfach meine lebensaufgabe da kommt der nächste irgendwo und den nächsten müssen jetzt elu farmen wir müssen direkt elu farm reingehen elu farm wieder heimgehen das ist der plan so viele wie möglich jetzt weckern musste oder der wollte mich einfach beten guck sie an wie er mich beten wollte aber er hat einfach papa kennengelernt papa kennengelernt und dann gedacht wieso bin ich da reingegangen hat dass ich wieder kann da so viel schmutz rauskommt mir kommt schon wieder eine hallo wo seid ihr auf den gehört da kommt er ich wusste gar nicht dass der das auch kann sind bots oder so keine ahnung sind neulinge bots weiß man nichts neue season da kann es alles sein alles possible hallo was redest du da ja 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 ist das schön richtig nubs abschlachten alter der neue held ist übrigens okay würde ich sagen er wusste hallo da oben ja ich hab noch nicht geguckt nach du muss ich ehrlich sagen oh mein gott was hat der denn alles gemacht maschallah einfach hübsch ich bin eigentlich untötbar im moment mutter 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 alter beure jetzt muss ich ins naraka einsteigen das sind die besten solo runden die du je in deinem leben haben musst ich schnetze komplett durch es sind gerade wieder richtig viel spiel online 100.000 habe ich gesehen sind online aktuell gleichzeitig und entweder sind es alles spots gerade in meiner lobby oder einfach die ganzen neulinge die jetzt so aufs maul bekommen dass direkt danach wieder lieben ja klar neue season gucken neue held an neue held alle ich habe nicht an meine ulti eingesetzt müsste ja auch noch machen dass wir die sehen beim nächsten finde ich meine ulti ok schön das 30 sekunden 30 sekunden wo ballen wir es hin ballen wir uns einfach dahin vielleicht treffen wir einen oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh 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 Oh, Ulti ist nicht so stark in der Form. Alter, was schießt der denn jetzt so ehrenlos auf mich? Das Geld geil ist, Schimmel. Alter, was schießt der denn jetzt so ehrenlos auf mich? Wo will er hin? Wo? Oh, man kann aufladen. Man kann das aufladen, das wusste ich gar nicht. Kommt schon wieder jemand? Beziehungsweise kämpft schon wieder jemand? Oh, wir kämpfen 3. Ist jetzt einfach mein Killkiss zielen. Lappen. Oh, oh, der kriegt mich vielleicht. Sie haut halt immer ab mit ihrer Scheiße und ich hab keine Dinger mehr. Ich hab keine Spule mehr. Sie haut einfach die ganze Zeit ab mit ihrer Matte, Harry. Ich brauch meine Prinzessin wieder. I need the princess, boys. Das war ich, das war ich, das war ich. Das war ich, das war ich, das war ich. Wehe, die klaut ihn wieder. Wehe, die klaut mein Kill. Wo ist ich schon wieder hin? Das geht's nicht. Als ob der mir schon wieder hin kommt. Ich raste aus und da kommt der nächste. Jo, sie trifft mich mit dem Bogen. Okay, sie hat nicht... Lauf weg, du kleine... Ich kann nicht mehr Bäume klettern. Uff. Machen wir jetzt alle einen auf Frieden hier. Ich hab's geblockt. Ich hab's geblockt. Sie kann einfach nichts anderes außer dieses Ding Spam. Ich hab's jedes Mal geblockt. Nein! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Kommentar, ein Abo da, ein Daumen nach oben. Was auch immer man hier so machen kann. Ja, tschau, schönen Sonntag. Tschüssi!